Hey Leute, ich bin Steffen von den Matchotax-Buddies und heute mit zwei Päckchen von den Matchotax, den neuen blauen Matchotax. Ja, und dann fange ich jetzt einfach an mit dem ersten. Von Wolfsburg, Perisic mit 77, Verteidigung. Von Leverkusen, Castro mit 75, Angriff von Schalke 04, Klaasian Hünteler mit 84, Angriff von Hertha BSC Berlin, Pekarik mit 68, Abwehr vom Hamburger SV, Marcel Jansen mit 67, Abwehr von Hoffenheim, Firmino Starspieler mit 82, Angriff und von Borussia Mönchengladbach Stadion im Borussia Park, plus 5, Heimvorteil. Dann noch ein Sturm-Duo vom Paderborn, Sacklik plus Katsunga mit 68, Angriff. Eine Kapitänskarte, und zwar von VfB Stuttgart, Christian Gentner. Hier sehen wir ihn. Du, transparent. Und vom Hamburger SV. Hier, Michel Lasogga, Club 100! Im ersten Pack, weil ich aufmache, bist auf den Starterpack. Club 100, Lasogga, das gibt's doch gar nicht. Pierre, Michel Lasogga. Im ersten Pack, weil ich aufmache, im ersten Pack, ein Club 100. Alter, Alter, das ist so krass, so krass. Alter, da komme ich jetzt nicht drauf, drauf klar. Trauf klar meine ich natürlich. Ach du Scheiße. Okay. Fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Aber ich habe ja gesagt, es gibt zwei Päckchen. Deswegen muss ich noch mal das zweite. Von Borussia München Gladbach, Nordfeit mit 60 Abwehr. Von Leverkusen Bönig mit 71 Verteidigung. Von Schalke 04, Kirchhoff mit 62 Abwehr. Von Hertha Besse Berlin, Heitinger, 71 Abwehr. Vom Hamburger SV, Toregan Aslan mit 55 Abwehr. Von Eintracht Frankfurt, Batslav Gatletz mit 67 Angriff. Von Darmstadt 98, Dominik Strohengel, der 227 Toremann, mit 59 Angriff. Und Olympiastadion Berlin, Heimvorteil, plus 5, plus 5. Und ich zeige es euch noch mal, falls ich immer noch ein Klumpel kann. Klub 100 im ersten Päck, was ich aufmache. Unglaublich. Das gibt es gar nicht. Und falls euch dieses Pack-Opening gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und auch das Abo, falls ihr noch mehr Videos schauen wollt. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal bei Möchetext Buddies. Haut rein!